Hallo Leute und herzlich Willkommen zu einem neuen Part von The Legend of Zelda Breath of the Wild. Ach, diese Aussicht ist... Das sieht ja... Das ist... Das ist wahrscheinlich die Stadt, zu der wir hin sollen. Aber da gehen wir nicht hin. Ihr wisst Bescheid. Wir wollten nämlich... Ja, ich tendiere dazu, tatsächlich den Turm HCS zu erkunden, damit so das direkte neben dem Plateau, wo wir halt sozusagen uns wieder ins Leben gefunden haben, dass wir diese Umgebung erst ein bisschen erkunden. Also was heißt erkunden? Wir erkunden gar nichts. Wir aktivieren nur die Türme und dann möchte ich endlich dieses Plateau erkunden. Aber richtig erkunden. Das Plateau... Ich schaue ja gerne eigentlich Looks Like Link und sein Let's Play von Zelda. Eigentlich gerne alle Zelda-Spiele, weil ich Zelda ja eigentlich einfach mag. Und das Problem ist... Keine Ahnung, ich habe zum Beispiel, wie ich dann sehen durfte... Oh, ich greife mit der Fackel an. Ein Tutorial sozusagen verpasst. Wieso kann ich das nicht ausrüsten? Weil ich gerade in Aktion war. Okay. Naja, also ich hätte zum Beispiel durch den König von Hyrule quasi ein Gericht kochen müssen und hätte schon vorher zum Beispiel den Wintersams... äh Winterwams, oh Gott, jetzt sage ich es schon selbst Samms. Hier, das hier Winterwams hätte ich dann von ihm gekriegt, bevor wir die Prüfung da bestanden hätten. Das heißt, dann hätten wir kein Gericht haben müssen. Apropos, ich glaube... Apropos, ich glaube... Äh... Also, ich weiß, wie man das Gericht kocht, aber einfach nur weil ich es aus Neugier dann tatsächlich nachgeguckt habe. Ähm, aber... Oh, ich habe das einfach nicht bemerkt. So. Beziehungsweise, ich bin ja dann durch die Berge da gelaufen und bin wahrscheinlich nicht so den eigentlichen Weg gegangen. Und deswegen habe ich den Mann dann nicht mehr getroffen. Und von ihm hätte ich halt einen Hinweis bekommen und so. Aber hier können wir auch nochmal kurz hin. Obwohl wir ja gleich erst alles erkunden wollen. Ähm... Was heißt gleich, das wird wahrscheinlich auch wieder 100 Jahre dauern, bis ich da durch bin. Die leuchten so. So. Ähm... Was ist das? Ein Frosch. Ein Frosch, ein Frosch, ein Frosch, ein Frosch. Okay. Das ist so auffällig hier. Naja. Jaja, ich habe dich entdeckt. Super. Was auch interessant ist, man kann die... auf der Karte sehen, diese ganzen Sachen. Also diese Crocs, wo wir sie gefunden haben und so. Da sind zwei Drohnen, die ich noch gar nicht gesehen habe irgendwie. Ich habe keine Ahnung. Ähm... Nein, das war die nicht. Da können wir natürlich unseren... Eis... ...Move benutzen. So. Eispfeile. Okay. Wir haben Eispfeile ziemlich spät immer erst gefunden. Und Feuerpfeile, okay. Oh Gott. So. Das hier ist normaler Brunnen, ja. Waren wir da. Oh, Froschi. Und Eidechse. Und Eidechse. Äh... Ich meine hier... Oh, nee, das wollte ich gar nicht... Ich meine hier war auch irgendwo noch eine Kiste, die ich eventuell nicht beachtet habe. Kann das sein? Nicht? Okay. Okay. Egal. So. Wir wollen woanders hin. Und zwar... Hey, da ist ja so ein Wächter. Aber wenn ich hier schon... Hyrule Barsch habe ich ja eigentlich häufig gefunden. Ähm... Bestimmt muss man irgendwie... Man muss ja diese antiken... Äh... Antiken? Waren das die hier? Also hießen die so? Ich weiß nicht mehr. Äh... Das, was wir wiederbeleben sollen. Beziehungsweise wir sollen ja... diese vier... großen... Dinger... wieder wecken oder so. Für uns. Und... Da kann ich mir gut vorstellen, dass... dass wir die ganzen Schrauben und sowas brauchen. So, aber wir wollen jetzt erstmal... Wo ist denn das Türmchen für... das nächste Gebiet? Also, ich schaue mal von rechts nach links. Machen wir das mal so. Was? Fliegt denn da schon wieder? Achso. Also der ist es glaube ich nicht. Ich markiere den trotzdem mal. Dann wahrscheinlich der hier, ja. Da. Der ist am nächsten dran. Und da. Und... So. Jetzt schaue ich mal auf die Karte. Okay. Den Lilan muss ich... verfolgen. Also... Zack. Machen wir. Ich freue mich schon, wenn wir das Plateau dann... genau durchsuchen. So. Hier waren wir auch schon. Hier haben wir unser erstes Pferd gefunden da hinten. Hier ist schon wieder sowas. Ach verdammt. Es regnet. Es regnet. So. Guck mal, fast hoch. Brennen einfach. Habe ich mich erschreckt? So, warte mal was. Ach verdammt. Oh oh. Ja, war klar, dass das nicht ein einzelner ist. Äh, ja ich habe keine Beine mehr. Muss ich jetzt wirklich mit Eis fallen schießen? Äh. Okay. Ah verdammt. Verdammt. Mann. Okay. Äh. Ja, gut. Das war's und jetzt wird. Ja. Hey, du hast mich entdeckt. Wir brauchen auf jeden Fall Pfeile. Mal wieder. Okay. Ähm. Ich wollte zum niederen Punkt. Das ist doch... Okay. Durch den Wald. Oh mein Herrscher. Niemand kann herrschen. Äh. Ich will den Hilfenschern. Aber gut. Uns fehlt irgendwie die Ausdauer. Verschwinde nicht. Nein, nein. Hirsch. Er läuft nicht weg. Er verschwindet. Mist. Ob ich den auch anmelden kann? Also registrieren kann? Das wird cool. Aha. Bei Wasser muss man irgendwie immer gucken, ob da was versteckt ist. Bernstein. So. Ah. Ah, ja. Es läuft mir hinterher. Gar nichts. Okay. Klang grad so. Bei Volkles. So. So. Mein Pferd ist irgendwo am Arsch der Welt. Ähm. Ich will glaube ich da hin. Es sieht zumindest recht nah aus. Boah. Maxi rüber. Ey, die sind doch super selten. Hallo. Also keine Ahnung, stammt in der Beschreibung, was sie selten sind. Ob sie so selten sind, weiß ich nicht. Na gut. Oh, alter Umschlagplatz. 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 Hey, das kennen wir doch schon. Ich komme dir entgegen. Ich komme dir entgegen. Oh. Doch. Du hast deine Route. Warte. Oder? Yay. Ja, ich habe dich entdeckt. Tschüss. Joa. Passt. Violetter Rubin. Was ist das? Na, da waren wir schon mal. Hm, hier ist ein Schwert. Ach. War mir hier nicht auch schon mal. Aber nur von hier aus, ganz kurz und dann... Weiß ich nicht. Umgesehen habe ich mich überhaupt nicht. So. Wir gehen zum Turm. Wir werden noch alles erkunden. Alles werden ganz, ganz genau erkunden. Aber wenn wir so Thron finden, mache ich sie natürlich auf. Oh, war geil. Zehn Rollzweine. Oh, okay. Oh! Mal entzünd. Okay. Schon wieder Hirsche. Also, wenn ich Hirsche suche, weiß ich auf jeden Fall wo. Hey, da sind sogar weibliche. Oh, da war ein Bächter. Ob ich die echt für mich gewinnen kann? Das wär so schön. Okay, aber das... Er hat mich gesehen. Wieso? Er kann sich bewegen. Hau ab. Ich bin hier nicht. Das freie Feld laufen ist natürlich blöd. Aber mit genügend Abstand könnte er mich nicht entdecken. Ich bin noch nicht bereit, mit gegen ihn zu kämpfen. Also versuche ich irgendwie von außen, also außen rum zu gehen. Und die Tiere schauen sich nicht zu stören irgendwie. Beziehungsweise er stört sich nicht an den Türen. Hmm. Hmm 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 hmm, hmm hmm hmm. Hmm. Hmm... Der lebt. Oh. Nein, ich bin nicht hier. Ah, hallo! Ah, das ist wieder so eine Spirale, so wie beim ersten Turm, da muss ich nur kurz dahin gelangen und dann kriege ich das hin. Was auch immer hier mal war. Jaja. Nein, 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 oh oh, oh oh. Was? Da ist auch einer. Boah, gerade so einen Ton und Blinkel gefunden. Es wird viel, schwierig. Ich hoffe auf der anderen Seite ist einfach keiner. Nein, 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 nein. Manchmal ist der Ton nur verrückt. Oh, komisch. Was? Oh mein Gott. Okay, da muss ich mich tatsächlich mal beeilen. Nein. Oh. Vielleicht kommt der andere von der anderen Seite. Sag ich doch. Boah, ist das fies hier. Dafür ist das Klettern an sich nicht schlecht. Boah. Okay. Und ein letztes Mal. Ah, ich würde da noch einen Zwischenstopp machen. Und von hier aus, da muss... Ne, da ist ein Parade zwischen. Stopp. Möglich. Boah. Oh. 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 Ich hoffe hier erwischen sie mich denn nicht. Oh. 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 Oh, wir haben es geschafft. Shika Stein wurde erkannt und der Turm wird aktiviert. Ich freu mich auf irgendwas tolles passiert, so wie wenn alle Turm aktiv jetzt sind, so von wegen alle Wächter sind jetzt nett. Du kontrollierst alle Wächter. Das wär cool. Aber naja. Oh, da ist das Schloss, oder? Das müsste das Schloss sein. Zumindest sieht es besonders aus. Einen Moment, ich muss kurz nicht das tun, was ich gerade tue. Ich schau mal kurz. Nee, da ist nicht das Schloss. Achso, nee, da. Da will ich aber eh nicht hin. Noch nicht. So, ups, nee. Ich könnte... Nein, 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 okay. Wir gehen jetzt zum Plateau, was fast schon unsichtbar geworden ist, weil eh so viel Zeug drumherum jetzt ist. Und beginne, das zu erkunden. So, zum Beispiel war ich ja voll nicht... In diesem Waldgebiet war ich nicht so viel. Und irgendwie so drumherum. Ich hab keine Ahnung, aber ich bin sofort zu den Zielen gegangen und hab mich gar nicht richtig geguckt. Das ist blöd, aber können wir natürlich nachholen. Was mich auch interessieren würde, ist die 100 Rubine der Fee Stippbänden. Aber, naja. Der Schreien des Lebens. Hallo, ich bin zu Hause. Was ich gerne mal ausprobieren würde, ist... Bin ich schneller? Ich weiß es nicht, aber mir ist na... äh, mir ist nackt. Ja, mir ist kalt. Hm. Okay. Ich glaub, ich war nicht schneller. So, das ist die gute Frage. Wo fangen wir denn an? Bei Ivarok. Diesen Ivarok müssen wir auch noch mal besuchen. Also gehen wir mal zuerst in den Wald. Äh, hier sind auf jeden Fall viele Sachen, die ich noch so einsammeln kann. Ich kann auch dieses Gericht kochen, was ich sozusagen tutorialmäßig verpasst hab. Guck mal, hab ich eigentlich jetzt schon vielleicht genug Zutappen? Ich brauche immer Wild. Äh, ich brauche, äh, Chemie. Und... Ja, ich hab genug. Ich hab das, was ich brauche. Okay. Nooo. Ich hab die Äpfel einfach... den Flug abgegriffen. Und dieser Röstabwissbord auch immer wieder. Oh, ne Fackel. Würde ich sagen... Ach, wie ist das Parasiegel? Ähm, anzünden. Freisteine hab ich alle verbrochen, ne? Ach scheiße, ich bin so dumm. Das war unnötig. Hier ist nämlich keine Kochstelle. Hier ist keine Kochstelle, aber ich weiß, wo eine ist. Etwas weiter weg, aber die ist da. Mal gucken, ob ich so hinkomme. Hier war ich schon, oder? Vorstell. Neben. Hm. Der Spond ja auch immer wieder, stimmt. Klar. Haben wir ja schon mal gesehen. So, das Witzige ist nämlich, man weiß, dass man mit Wild und was auch immer irgendwas kochen muss. Und hier ist ja diese eine Kochstelle. Und da saß der König halt dran, also der Geist des Königs dran, wenn man halt noch nicht in den Bergen war und so als Tutorial und sowas. Das ist halt Bescheid, weil wir haben das verpasst quasi. So. Okay, dann machen wir das mal. Einfach nur, dass wir das Gerücht mal haben. Fuck. Das wollte ich nicht. Heilwohl Barsch. So. Chili. Und... So. Yeah. Scharfer Grillteller. Lästig große Kälte aushalten. Reichhaltiges Gericht mit saftigem Fleisch und frischem Fisch. knusprig-braun gebraten. Lecker. Okay. Ja. Mehr wollte ich hier nicht. Hier ist noch mal eine Fackel. So, ein paar Pfeile wären... Oh ne, wir haben ja Pfeile. Oh nein! Was ist das? Machen wir das schon mal. Eine Brunnen? Oder so? Ach, wir sind am Fuße von... Hallo? Ich dachte irgendwie, wir waren... woanders. Ich hoffe, die reicht auch ne Fackel. Nein. So. Okay. Ich hab die getroffen. Ja, dann schauen wir mal, was wir hier angerichtet haben. Und... naja. Viel wohl nicht, aber... immerhin haben wir ein paar platt gemacht. Der hat grad so leu... geleuchtet. Ob hier irgendwas ist? Ja. Kann ich da reingehen? Hä? 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 Okay. Ja, ich wollte in den Wald. Ich bin nicht mehr im Wald. Ich weiß. So ist das doch immer. Aber... Ich geh erst, wenn ich mit... wenn ich den ganzen... die ganze Insel hier... Ah, das ist ja so. Wird schon reinrennen. Die ganze Insel hier. In- und auswendig kenne. Und umrunden wir halt den Wald erstmal. Hey, ihr könnt's sehen. Moment. Zack. Der Wald... ist komplett... Oh, Wald der See. Krötenteich. Der Wald ist so groß. Und ich glaub hier so... in dem Bereich... da vielleicht... Ah, Quatsch. Hier. Hier waren wir noch gar nicht. Und... was auch immer, wo nicht. Schwert's abzugrenzen, wo das Platton jetzt zu Ende ist. Aber... Oh, Flottkröten... oder wie... wie heißt... Ja... Sportkröte. Flottkröte. Hatten. Man müsste auch einmal komplett noch am Rand rumlaufen, weil da... Oh. Da ist noch was. Da ist der noch. Äh... Da waren ja auch mal Thronen und sowas. Ach, Thronen verschwinden, wenn sie geöffnet sind. Achso. Du musst halt da rein. Okay. Ich frage mich, ob's noch irgendwas geben wird, um... dem Sumpf... Sumpf zu entgehen. Mal schauen. Aber ich glaube nicht, ehrlich gesagt. Dich hol ich mir... Da war's mal noch. Da war ich gern hoch. Weichel. Wir haben ja hier echt schon auch ein paar Geheimnisse gesehen. Zum Beispiel Thron oder Crocs. Oh, Hilfe! Nein! Oh! Ja, komm. Nein. Juhu. Ob es hier an der Wand irgendwo auch ein Geheimnis gibt? So von wegen mitten an der Klippe. Krass, das war oberkrass. Hier war auch schon mal ein Schwert irgendwo drin. Oh. Hä, da war ich noch nie? Oder ist die Kiste auch mal... Oh, der hat mich entdeckt. Oh, der Fackel zerbrochen hat. Wie geht mal das? Durch, durch. Oh. Oh, Spurdechse. Die Materialien sammle ich schon gerne ein, aber den Rest muss ich sagen. Oh, Pfeile, Pfeile, so. Holzpfeil. Ui. Ui. Stimmt, Ivorok will die auch noch besiegen. Opa. Achso, und zum Kochen. Was ist das denn für ein fetter Baum? War ich da schon mal? Zum Kochen ist ja eigentlich auch... Ach, verdammt. Hätte ich vielleicht ein bisschen näher haben sollen. Aber Ibarok können wir jetzt auch besinnen. Wir untersuchen aber hier erstmal alles. Sammeln jeden einzelnen Pilz. Kopiert. Wenn da kein Krok ist, dann weiß ich auch nicht. Nein, das war so knapp. Ah. Sorry, jetzt aber. Na, hallo. Nicht? Oder war ich hier schon mal und da ist ein Tool gewesen oder so? Der hat's weiß ich auch nicht mehr. Ja, toll. Hier bitte. Bombe. Haha, okay. Dann haben wir hier womöglich schon was. Geh ich mal vielleicht erstmal den Rand ab. Das ist doch besser. So. Hier haben wir nur die Waffen. Die Ex-Waffen. Nichts. Von da hinten war ich auch mal nie, oder? Ach ja. Und da auf dem Turm, aber da war ich glaube ich schon, wenn da ne Tor war. Ich sehe nämlich keine. Da sind viele Aussichtsleute. Ah, shit. Ich bin verschossen. Der hat mich natürlich jetzt gehört. Mist. Ähm. Achso. Nehmen wir lieber den. Nein. Die kommt gar nicht so weit. Hö, hö, hö. Oh. Oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh, oh. Hö. Oh. Ups. Ah ja, ich hab Bomben. Ähm, äh, äh... Äh, äh... Also, ich war gerade voll überfordert mit meinen Knöpfen. Naja. Egal, wir haben es irgendwie geschafft. Ach, hier ist der Kröppenteich, oder was? Was wir auf der Karte gesehen haben. Und schön wieder... ...Pfeile aufstocken. So. Sorry. Super. So. 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 Tschüss Apfel. Und nochmal. Und nochmal. Und nochmal fünf Pfeile und einen Bogen. Super. Und noch einen Apfel. Und noch einen Apfel. Und noch einen Apfel. Sehr schön. Und das Fleisch. So ein Fleisch kommt auch selten vor eigentlich. Grillwild. Kann ich eigentlich jetzt rein theoretisch wild nehmen und das hier braten. oder muss ich es einfach also reinschmeißen, dann ist es grillwild. Hm, das braucht aber lange. Ja, okay. Es ist jetzt grillwild. Oh, das ist kein Sinn. Kurz war ich schon ein bisschen beängstig. So. Erstmal gucken, ob hier eine Truhe irgendwo ist in dem Teil. War das gewittert? So. Oh, eine Eidechse. Ich schwöre, ich werde nie nochmal eine Eidechse irgendwie. Oh, das gewittert. Ich glaube, ich nehme mein Blatt. Ach du Scheiße. Aber so zufällig könnte ich mich der Wiese trotzdem treffen, ne? Der hat einen Baum gefällt einfach. Hier ist einfach ein Kopf, ich ja. Äh. Eigentlich bin ich da hoch. Ah, eins weiß ich. Die großen Bäume wird er nicht fällen. Aber was ist hier? Ja, das ist so auffällig. Boah, das schreckt einen voll. Das ist echt mies. Schleichglöckchen. Krass, ey, diese Blitze. Ob es die so, also auch in echt so heftig gibt. Also so heftig. Aber warum nicht, ne? Oh, da ist, da ist der. Okay. Nehmen wir bitte. Das hört bald auf, aber bald. Nicht direkt jetzt. Na, dann schauen wir mal. Oh, komm, mach auf. Oder wachst du mich auf? Oh. Ich sollte eine andere Waffe nehmen. Das war peinlich. Aber nur ein bisschen peinlich. Ich wollte ausweichen, aber so ein Zweihänder ist halt schwer. Und man ist langsamer. Typische Regel. Das ist die Frage. Was habe ich hier denn schon? Okay. Hat also kurz vorher eigentlich gespeichert so. Schleichglöckchen. Schleichglöckchen. Schleichglöckchglöckchen. Schleichglöckchen. 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 Oh, mein Shit, das habe ich gleich. Gut zu wissen. Ich hab da irgendwie fast schon das Zappel. Das bricht niemals. Oh, der wurde kurz gelähmt. Sucht er mich? Ne. Ist schon ein bisschen episch, wenn man so... ... im Regen kämpft. Auch wenn man da nicht gut draufkleppern kann. Warum? Warum? Ist nicht getroffen. Nein, nein. Nein. Ich bin abgerutscht, weil es im Regen... ... also irgendwie, wenn er zwei Arme verloren hat... ... dann ist es am besten... ... ihn zu attackieren, weil er... ... verliert er quasi seine Beine. Ah, Mann. Weil zumindest... ... tut er so, als ob ich... ... hinfällt. Keine Ahnung. Ja, komm. Wirf deinen Mist. Er hat mich selbst getroffen. Ach Gott. Okay. Wie wärs, wenn ich was esse? Hm. Nein, 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 nein. Irgendwie habe ich mich vertan und ich konnte nicht mehr rennen. Echt so blöd. Oh oh. Ich habe hier gar keinen Schutz oder so. Ja, wenn er gerade in der Phase ist und sich wieder aufbaut, dann kann man nichts kaputt machen. Ich warte. Er ist zu weit weg. Ja. Oh. Ja, doch mal. Jo. Hallo. Wirf. 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 Hier bin ich. Nein. 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 Oh mein Gott. Schnell ich weg 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 weg. Oh nein. Oh nein. Nee, nee, nee. Boah. War schon cool, irgendwie zu kämpfen. Auch wenn ich Angst hab. Aber, oh oh. Ach, das kann auch passieren. Oh oh. Okay. Ach, daraus kommen dann immer diese Materialien raus. Oh oh. Nein, 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 nein. Steh auf. Steh auf. Lauf, 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 lauf. Okay. Okay. Das Problem ist, man will weit weg stehen, damit man... Oh, Mist. Damit man nicht erwischt wird. Aber man muss näher dran stehen. Damit man hochklettern kann. Was cool ist, wenn man auf diesem Buckel landet. Ah. Oh man, oh man. Na dann komm mal. Na dann komm mal, doch. Let's just... Oh, nein, 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 nein. Oh. Äh, ja. Ich hab aus Versehen gezündet. Egal. Komm. Fleischspieß. Oh. Oh oh. Zum Glück hat er keine Arme. Jetzt gleich im Arsch. Nein! Oh! Man kann ihn auch währenddessen kapieren. Oh oh oh. Ich hatte ein Viertelherz. Ich hab's gesehen. Mann. Nochmal. Aber ich... Oh nein. Ich weiß, ich kann ihn besiegen. Ich hab ja schon mal einen besiegt. Jetzt ist nur die Frage. Achso, und dieses Symbol unter den Herzen, dieser Kreis, ist wahrscheinlich die Ausdauersanzeige, oder? Äh... War noch immer er gespeichert hat. Ich hab keine Ahnung. Aber... Oh. Hm. Ja, ich muss eher auf die Arme ziehen. Oh, okay. Das hab ich irgendwie vergessen. Auch schön, dass es hier so ein bisschen flüssig ist. Ich hab's gesehen. Ich hab's gesehen. Ganz einfach ein bisschen flüssig ist. Und jetzt ist er hab ich gesehen. Wenn der Arm schon fertig ist, kann man nichts machen. Na komm, na komm, wirf deinen Arm. Wirf ihn. Ah, wieso muss ich mich nur selbst treffen? Was hat er getan? Er hat mich nie mehr berührt. Das ist echt unbelievable, Mann. Nochmal. Ich überlege gerade, welches Essen könnte mir zur Nutzung sein. Ich könnte mich ja aufputschen hier. Schleich-Effekt. Ähm. Aber auch Schleich-Effekt, ne? Hauter Brocken. Naja. Oh. Wie ging das schon hin? Oh. Ich hab den Zweihänder zerbommen. Mehr nicht. Äh. Nehme ich doch mal. Aber die Bomben sind schon ganz praktisch. Ja. 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 Nee, ich trau mich nicht. Ja. Mist. Ja. Oh. Oh, das sieht ja gar nicht so viel aus, als ich gedacht habe. Wirft er jetzt, oder? Baut er. Ist egal. Ich nehme keine Rücksicht. Oh yeah. Ha. Boah. So kann man ihn gut besiegen, ey. So lange es nicht regnet. Shit. Yes. Das ging jetzt echt schnell. Boah. Krass. Opa. Ja, sehr schön. Okay. Nach 100 Versuchen, aber jetzt weiß ich, wie man ihn am besten besiegt. Man darf ihn, also wenn er gerade seine Arme rauszieht, darf man nicht warten, bis er das fertig hat, sondern ihn schnell davor erwischen. Ja, und dann ist alles vorbei für ihn. Dann kann er nämlich gar nichts mehr machen. Egal, nichts kann er machen. Super. Hey, da ist wild. Nein. Oh nein. Kommt was aus. Die sind echt schwer zu kriegen. Beziehungsweise man muss einen starken Bogen haben und dann... Dann kann man ihn One-Hit mal nicht, aber... vielleicht... Oh. Ups. Hier war ich auch noch gar nicht. Oh, was ist das nur? Ui, da ist mich entdeckt. Ja, hab ich. Tschüssi. Kann ich da rein? Ui. Okay. Okay. Oh. Mist. Oh, hier sind ja ganz viele. Oh, die verschwinden irgendwann. Außer der. Der will um... äh, sterben. Oh. Ich glaube, ich habe einen sehr schwachen Bogen ausgewählt. Ja. Ja. Oho, endlich. Oh, zweimal wild. Ah! Ah! Verdammt. Ah! So. Oh, das ist ein Schwert. Ach, schade. Das war witzig gewesen. Okay. Wo ist denn das andere? Ist das verschwunden? Na ja. Damit kann man halt viele gute Sachen kochen, deswegen... Jage ich doch mal. Sonst jage ich ja eigentlich nie. Hier war ich auch irgendwie noch nie, oder? Wow. Ha. Achso. Das sind die, die ich gerade irgendwie ingebracht habe. Also, äh, falls man Skelette umbringen kann. Mh. Achso, hier war ich doch. Bin jetzt quasi an meinem Kreis gelaufen. Oder hin und her, je nachdem. Oh, was ist das denn? Welche war ich hier doch noch nicht? Ist ja vielleicht ein Master Schwert. Oh. Okay. Äh, toll. Wow, was für eine schwierige Aufgabe. Aber... Okay. Ich bin jetzt tatsächlich einfach mitten im Wald. Okay. Danke. Da möchte ich auch noch mal rauf. Naja, habe ich das irgendwie voll übersehen? Auf dem Baum war ich hier doch schon, oder ist das ein anderer? Hm. Hm. Interessant, wenn ich das einfach übersehen habe. Ja. Heidechse. So, da ist das... Die Arena. Oh, das sieht aus wie so ein Tokenkopf hier. Hm, voll der Tokenkopf. Hm. Hm. Guck mal, ja. Hier ist das andere. Okay. Hey, ich markiere das mal einfach. Ich markiere das einfach mal. Ja, genau das. Achso, kann ich das nicht auf der Karte so sehen? Dann markiere ich das anders. Äh, das ist immer nur ein Stempel, dann nehme ich. Das. Okay, einfach geradeaus. Ah, schon wieder eine Eidechse, die ich übersehen habe. Oh, ne. Da war ein Käfer. Filze. Hm. Ist echt nichts. Nee. Das ist einfach so nichts. Ach, das ist ein Baum. Ich dachte schon, was leuchtet denn da? Ist jetzt etwas so eine Prüfung, aber nee, auch immer nicht. Wir sind ja eigentlich nur die vier gewesen. Vielleicht gibt's ja mehr, ich weiß es nicht. Hm, Feuer. Was passiert eigentlich, wenn ich so diese Bockblend-Sachen und sowas verbrenne? Ja. Mal gucken. Ja, dann machen wir das mal. Nee, die sind wertvoller. Äh, Exalfos, das, ja. Das und das. Mal gucken. Okay. Ist auch bald einfach. Gut zu wissen. Ah, hier ist keiner. Hier ist keiner. Ich hab ihn nicht mal erwischt. Okay. Ähm. Ähm. Äh, Quatsch. Falsch rum. So. So. Ich hab mich mit mir mal kranker. An der Stelle. Muhahaha. Boah, sogar Headshot. Wo ich nichts sehe. Und. Stirb. Ja, euch nicht bewegt und so. Ihr seid echt dumm. Aber ihr gebt mir ein paar Pfeile. Dankeschön. Mir hab ich Lust ja alles abzufockeln. Also. Ah, der pennt. No. Also er hat noch gepennt. Was für ein Trottel. Aua. Okay. So. Kannst mal alles einsammeln hier. Was ich finde. Naja, Wappentat ist voll. Hier geht's einfach hinten mal. Ich freue mich, wem dieser Schäle hier gehört. Wie die wohl darauf kam, eckige Bäume zu machen? Naja, die gucken wir einfach mal rein. Naja. Feuerpfeile. Cool. Oh, hier ist das ganze Gras abgefockelt. Oh. Hier brennt's. Yay. Brenn. Brand. Waldbrand. Hab ich irgendwas in den Fockel hier. Ich hab mich hier einfach geholfen. Ich hab mich überrascht. Ich hab mich überrascht. Oh. 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 Den Hüge desibbel. Oh, mein Gott. Schwo noch hier. Oh, der ist halt. Oh, der war frei. Oh, der war frei. Oh, der war frei. Oh, der war frei. Ich bin mit, facke alles ab. Jetzt habe ich gar kein Schild ausgerüstet. Moment, dann nehme ich doch mal das. Oh, guck mal. Ich finde das nämlich hässlich. Ah, egal. So. Gucken wir mal, wie ich schaffe, wieder hochzukommen. Oh, Mauerhalle. Okay, ich bezweifle, dass ich hier schon mal... Boah. Hier brennt auch was. Oh. Hätte man von oben einfach mal was runterschmeißen können. No. Ich blieb eigentlich noch nie drauf, oder? Ja. Oh, hier kommt man von hier aus hoch. Da ist ja der Wald. Ja. Ja. Ich fliege einmal rüber. Ui. Hier. So. So. Oh. Oh, hier ist eine Droh. Cool. Ein Opal. Haha, im Flug war ich einfach den Glutschmetterling. Glutflügler. Erwischt. Dann, ähm, glätte ich ihn auch hier einmal kurz rüber. Und wieder dann mal wieder den Pott wenden. Die Stahl ist plötzlich wieder oben. Hm. Merkwürdig. Hoch. Da hat er plötzlich die Richtung geändert einfach. Achso, ich hatte ja keine Ausdauer mehr. Hey, da ist eine Prüfung. Okay. Dann. Ja, was ist das jetzt? Cool. Moment. Da ist sowas. Ja, ich glaube ich geh da erst hin. Zuerst hin. Es hört doch gerade schön passend auf zu regnen. Und dann kann ich hier rüber. Ja. So. Hoppsa. Na ja. Ich bin ja auch schon. Oh. So. Ah. Okay. Entdeckt. Tschüssi. Ich finde es witzig, dass die irgendwie für immer bleibt. So. Okay. Dann haben wir, glaube ich, zu dem Wald. Ratscheck, oder? Gehe ich jetzt nochmal zum Rand und von da aus gehen wir dann mein nächstes Mal weiter. Wahrscheinlich in die kälteren Gebiete. Ich weiß es nicht. Aber da ist ja... Hier links neben uns ist, glaube ich, dieser Berg. So. So. Kann ich auch um dieses Spiel zu zutaten. Oh ne. So. Einmal. Hopp. Hopp. Und. Hopp. Hopp. So. Genau. Da geht's in die kalte. Und hier da oben ist doch quasi da, wo ich ganz am Anfang hingelaufen bin, oder? Glaube schon. So. Und wir gehen hier rauf. Und dann beende ich den Part. Am besten, ich esse noch irgendwas. Wenn man dieses Glühen aufhört. Dann werden wir uns beim nächsten Mal ein bisschen Blumen sehen. Ein bisschen. Hat er... Er hat die Markierung tatsächlich aufgelöst. Wird die Markierung aufgelöst, wenn man dann in die Nähe geht? Ich weiß es nicht. Naja. Okay. Auf jeden Fall. Danke fürs Zusehen. Und... Bis zum nächsten Mal bei The Legend of Zelda Breath of the Wild. Wow. Sieht auch cool aus. Tschüss.